Wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. Sag mal, Klettergerüst? Ha, ich weiß, was dann kommt, Junge. Ich hab ne nackte Frau geküsst, wa? Guck mal hier. Guck mal hier. Kennen wir alles noch, ne? Von diversen Schachplattformen. Kennen wir alles. Gehen wir natürlich rein, ist ja klar. Ist ja klar. So, decken hier gegen, greifen den Kollegen an. Das heißt, wenn er zum Beispiel den hier spielt, könnten wir hier den hier rausnehmen, wa? Dann machen wir den, den hier. Der ist erstmal alles gut, dann haben wir aber einen schlechten Bauern, ne? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Normalerweise geht er zurück und dann spielen wir den hier. Hitten den Bishop wieder, ne? Wo bleibt der Tulpenerwin? Was meinst du, Nemesis? Tulpenerwin? Ich weiß nicht, was du meinst, mein Lieber. So, jetzt gehen wir auch einfach zurück, ne? Gehen wir einfach zurück. Bei Schach gehen wir einfach hier hin, ne? Da muss er zurück und wir nehmen und dann haben wir schon mal das Bishop Park gesichert, würde ich sagen. Weil wir sind ja eh gerade ein Bauern ab, ne? Also alles easy going. Ne, warte mal. Ne, der hängt da nicht, ne? Müssen wir, müssen wir also nicht aufpassen. Wenn er mit Sprenger nimmt, machen wir auch den, damit wir hier nicht in diese komischen Fesselungen reingehen, wa? Fesselungen sind ja immer ganz, ganz wäde Geschichten. Wollen wir ja nicht rein. Äh, Team, seit, seit, äh, seit zwei Wochen schon, mein Lieber. Du hast eine Menge verpasst. Robin Ruck, das hat er nicht gecheckt. Was habe ich nicht gecheckt? Dein Englisch mit Eric war cringe. Vielleicht musst du mehr Englisch spielen? Digga, Englisch spielen mache ich nicht. Englisch spielen kommt mir nicht ins Haus. C4. Chat, wer von euch spielt C4? Schreibt mal eine 1 in den Chat. Gibt es wirklich eine Person im, in der Schachwelt, die ernsthaft C4 spielt? Das ist doch alles nur ein Meme, oder? Äh, Moment mal. Was ist denn das jetzt? Wieso nehme ich denn jetzt hier nicht den Kollegen raus? Wir nehmen raus, er nimmt ja gegen. Haben wir doch einfach eine Figur mehr. Ey, machen wir doch mal glatt. Gegen den Endry. Jetzt können wir unsere Dame hier parken eigentlich, ne? Wir parken die Dame, er will sie angreifen, dann hängt ja schon der nächste Bauer durch. Das ist alles Quatsch hier, was der spielt, ne? Aber wir wollen, glaube ich, entwickeln, oder? Entwicklung ist ja auch der Key. Wir machen den und dann den hier, wa? Greifen den Kollegen an, drohen hier die Fork des Grauens. Machen wir direkt. Oh, das ist sein, sein teuflischer Plan. Na, der gefällt mir aber, wa? Na, der gefällt mir aber. Ja, der gefällt mir aber. Na, der gefällt mir aber sogar sehr, wa? Wir machen den, er macht ja den. Dann muss man ja hier schon ein bisschen aufpassen. Weil wir verlieren jetzt, glaube ich, zwangsweise den Kollegen hier. Jetzt habe ich vielleicht das auch nicht ganz durchdacht, ne? Wenn wir erstmal ganz ehrlich sind. Ich glaube, wir spielen zuerst den hier. Hitten die Dame, wa? Dame muss ziehen. Und dann hängt der Kollege durch. Oh, Premium Züge hier schon wieder. Jungens. Der wird ja jetzt wohl kaum hier den Bishop rausnehmen. Hängt hier die Dame durch, wa? Kann er ja nicht bringen. Haben wir hier einen drin mit C4? Haben wir hier einen drin? Jetzt nehmen wir die Kollegen einfach raus hier. Oh! Aber nicht schlimm. Ist actually nicht schlimm. Das ist actually nicht schlimm. Oh, lol. Genau. Weil wir den natürlich rausnehmen. Deswegen ist das gar nicht schlimm. Die Diagonale haben wir doch gesichert, mein Jungfreund. Schaut mal her. Die haben wir doch gesichert. Oh, jetzt sehe ich was langes Schwarzes. Ich raste aus. Chat, seht ihr es auch? Wer sieht es, ey? Ich sehe es direkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den hier spielen, ne? Ne, 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 ne. Nicht so voreilig. Wenn wir zum Beispiel den hier spielen. Mit der Idee. Er hat ja auch immer den eigentlich, ne? Aber den nehmen wir raus. Das hier ist schon ein bisschen cringe. Ahoi, why Monday, moin. Grüß dich. Alt-F4, Matten 1? Ja, Alt-F4 geht immer, ne? Alt-F4 Games. Alt-F4 Games. Sie sind immer da, wo die wirklich schlechten Spiele sind. So. Wir gehen hier, oder? Wir gehen hier und dann greifen wir die Dame an. Der Springer deckt den Bishop. Und wenn er hier vorpusht, können wir einfach nehmen. Ich mache das einfach mal. Wir machen den, wenn er den macht, machen wir trotzdem den. Dann macht er den, wir nehmen ihn raus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist vollkommen fein, meine Jungfreunde. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Ahoi. Achso, loi, mein Chat. Loi, scheiße. Chat mein, mein, äh, mein, ich habe mein Chat nicht aktualisiert gerade. Chat, wer hat gerade von euch was reingeschrieben? Mein Chat hing die ganze Zeit. Ich habe den nicht aktualisiert. Kannst du auch nicht, kannst du keinem erzählen, wa? So, den nehmen wir noch raus hier. Und dann springen wir doch hier rein, oder? Dann springen wir einfach rein. Können wir natürlich auch einfach nehmen, ne? Wir sind eine Figur mehr einfach. Wir sind eine Figur mehr, ne? Wir sind eine Figur mehr. Der hängt nicht. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Das ist der Clou. Und dann Carsten wir rein hier. Ich? Der Chesso Martin hat geschrieben. Ey, Jungs. Hi. Freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt den Eric Rosen-Stream nicht verpasst, Jungs. Wenn nicht, einfach wir und die anschauen, ne? Vielleicht bringe ich es auch auf YouTube. Chat. Kennt der eine oder andere ja hier, wa? Jetzt gewinnt man hier eigentlich einen Turm, ne? Auf gut Glück. Sage ich jetzt mal so. Jetzt gehen wir hier in die Folk des Grauens rein. Das Problem ist halt immer Schach. Er geht hier. Ne, 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 Quatsch. Schach, er geht hier. Wir gehen hier. Und dann hängt halt der, ne? Wobei, den Carsten wir einfach rein und ist alles gut? Machen wir doch direkt. Butschi, Dennis, moin. Herz. Danke dir für dein Herz. Ey, mir wird gerade ein bisschen kalt, wa? Um den Oberkörper rum. Ist mal wieder was mit Jan geplant. Ey, Jan ist gerade eingeschnürt, wa? Jan ist doch gerade sehr, sehr eingeschnürt. Ich glaube, der streamt gerade auch gar nicht so lange. Und so oft. Der ist gerade, glaube ich, beschäftigt mit WM und so, ne? Aber ja. Geplant ist bestimmt irgendwann mal wieder was. Ich habe ihn ja gefragt, ne? Ob er Lust hätte auf... Auf, äh, Hand and Brain. Mit dem Partner seine Wahl. Da bin ich natürlich offen für, ne? Ich habe ihn ja auf Twitter gefragt. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so einsam. Ey, freut mich. Bauri, I'm there for you, wa? Wie die Engländer sagen, pflegen. I'm there for you. No problemo. Nehmen wir raus. Gewinnen hier mal eben... Oh, er kann ja auch den... Ne. Die Grundreihe ist gedeckt, wa? Den kann er auch nicht nehmen. Er könnte höchstens hier den Bauern nehmen, ne? Nicht mal den kann er nehmen. Imagine. Der kann hier legit nichts nehmen. Wenn er den nimmt, nehmen wir raus. Wenn er den nimmt, nehmen wir... Moment. Das wird ein Speedrun heute. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Yossi, du kommst genau richtig, mein Lieber. Oh, du kommst richtig, Yossi. 84er. Was hat das gekostet? Ey, kostet nichts mehr, ne? Die werden mir alle zugeteilt, ne? Von Chess.com. Wir machen ja nicht hier, äh... Einfach so eine Partnerschaft, wa? Die haben mir zugesichert, mindestens drei Paid Ector pro Stream. Mindestens. Und sie halten sich dran. Sind wir ehrlich. Sie halten sich so sehr, sehr, sehr dran. Und sie halten sich so. Vielen Dank.